Straßen und Städte werden immer voller, das Leben wird immer kostspieliger und die Autoindustrie baut immer größere, schwerere und teurere Autos. Ein Gegenentwurf sind kleine, flinke, mobile für den Stadtverkehr wie der Jojo des Hersteller XCV, die den Bewohnern der Ballungszentren und deren Umland das bieten, was sie wirklich brauchen. Günstige, umweltfreundliche Mobilität. Und damit Hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal, zum gleichnamigen Magazin. Wir laden mit Maingau Autostrom. Weitere Informationen zu unserem Ladepartner findet ihr unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Und was sollen wir euch sagen? Wir wünschten, wir könnten das Fahrzeug auch an den Typ 2 Ladesäulen aufladen. Das geht aber wohl nur mit einem Adapter, doch dazu gleich mehr. Deutsche Autos sind keine Fahr-, sondern Stehzeuge. Innerhalb einer Woche bewegt sich das durchschnittliche Auto 7 Stunden, steht also 23 von 24 Stunden täglich nur herum. Und wenn es sich mal bewegt, sitzen in zwei Autos drei Personen. Im Berufsverkehr braucht es fünf Autos, um sechs Personen auf den Straßen zu finden. So werden dann täglich 34 Kilometer zurückgelegt. Wäre es da nicht irgendwie smart, ein Auto zu kaufen, das genau für diese Aufgaben gemacht wurde? Schon seit mehr als 100 Jahren werden in Turin unter anderem pfiffige Stadtfahrzeuge entworfen und der in Hongkong ansässige Hersteller XCV setzt genau auf diese Erfahrung. Sein Designbüro hat sich in Turin angesiedelt, um die italienische Lebensart der smarten Urban Mobilität in ein Leichtfahrzeug der Klasse L7e umzusetzen. So ganz neu ist Jojo also nicht, doch in den kommenden Monaten soll die neueste Variante des 2,53 m kurzen, 1,50 m schmalen und 1,56 m hohen Zweisitzers mit 180 Liter Platz für Gepäck auf den Markt kommen. Jetzt auch in Deutschland. Bei 1,68 m Radstand und einer Dauerleistung von 7,5 Kilowatt, in der Spitze sind es 15 Kilowatt, wird der Jojo bis zu 80 kmh schnell, schafft also fast die doppelte Geschwindigkeit von Opel Rocks i oder ähnlichen Fahrzeugen. Er kann damit also tatsächlich im real existierenden urbanen Umfeld mithalten, ohne zum Spielball von Autos und LKWs zu werden und lässt sie alle bei der Parkplatzsuche im Staub versinken. Dank seiner knappen Abmessung und einem Wendekreis von gerade mal 8 Metern kommt er in die kleinste Lücke hinein. Ohne seinen 10,3 Kilowattstunden fassenden LFP-Akku wiegt der Sephjojo gerade einmal und das ist wichtig für die L7e-Zulassung 450 kg. Mit Akku darf er maximal 836 kg auf die Waage bringen. So soll er bis zu 150 km weit kommen und er beherrscht zwei Ladegeschwindigkeiten. Die zähere der beiden ist an einer x-beliebigen heimischen Steckdose zu finden, an der eine Ladeleistung von 2,2 Kilowatt abgesichert sind. So soll es von 30 auf 100% etwa drei Stunden dauern, um wieder neue Kraft zu tanken. Oder sagen wir mal so, über Nacht ist er immer wieder komplett voll. Mit einem Adapter dürfte das auch an einer Typ 2 Ladesäule oder Wallbox funktionieren, doch der Hersteller hat eine ganz ganz andere Idee. Viel viel schneller geht es auf eine andere Art. An einer Power Swap Station können die drei Akkupakete einfach aus einer Klappe am Heck herausgenommen und wieder eingesetzt werden. 10,3 frische Kilowattstunden in drei Minuten. Der Haken, die 30 derzeit in Europa verfügbaren Stationen sind ausschließlich in fünf italienischen Städten zu finden. Da wäre mir persönlich der Umweg zur Swapping Station doch etwas zu weit aktuell. In Sachen Antriebstechnik und platzerfüllter Seffiojo gerade mal Grundbedürfnisse. Dafür überzeugen die anderen inneren Werte. LED-Leuchten vorne und hinten, Klimaanlage, Servolenkung, ABS-geregelte Scheibenbremsen rundum, eine Sicherheitszelle, Panorama-Glasdach mit UV-Schutz und viel Durchblick. Ein 10,25 Zoll großer Touchscreen für Apple CarPlay und Android Auto, drei USB-Anschlüsse, eine App-Fernbedienung für die Klimatisierung, elektrische Fensterheber, Entriegelung, Ortung und Batteriestand. Der ganz kleine, muss sich vor einigen vermeintlich ausgewachsenen Autos nicht verstecken. Ganz und gar nicht mitteilen können größere Autos in Sachen Individualisierung. 3D-Drucktechnologie ermöglicht die Seitenverkleidung, auch Jojo Blades genannt, gegen individuelle Designs auszutauschen. Derzeit gibt es 42 verschiedene personalisierbare Blades zur Auswahl, die in Zusammenarbeit mit der New York-ansätzigen Online-Kunstplattform UAAD entstehen und die neuen verschiedenen erhältlichen Farben aufpeppen. Neben Schwarz und Weiß gibt es Salmon, Urban und Prototyp Grey, Light sowie Midnight Blue, Lime und Mocaccino. Der kleine Seth Jojo steht in Europa an mehr als 120 Verkaufsstellen in Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien für, und jetzt kommt der Preis, 16.990 Euro in den Verkaufsräumen. Bis zum Ende des Jahres sollen etwa 180 hinzukommen, sodass das Händlernetz auf über 300 Standorte wächst. Der Jojo soll zudem ein Vorbote sein. Ab 2024 sollen weitere Modelle auf den Markt kommen. Was sagt ihr? Jojo? Kann man machen oder sollte man besser lassen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Liebe Grüße bis dahin aus der Electric Drive Redaktion. Euer Jens. Ciao.